Er hat sich sofort umgedreht und den Head... Jan! Wie kann ich jetzt deinen hier oder was? Ja? Haben die Gegner gewechselt? Ja, können wir. Okay, ich kann mit you Headshots. Wir haben keine guten Skins und wir wissen doch, die Regel ist, dass teure Inventory gewinnt. Ja, das ist erstens das, zweitens das teure Inventory, dass die Chance größer hat, dass sie einfach nur Skill haben und nicht andere haben. Das ist halt wirklich so, also du findest selten wirklich teure Inventories, die cheaten. Der Biba hatte mal, also ich weiß nicht, Biba ist ein deutscher S-Tuber, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der hatte mal ne Runde, da hat nen Typ 4000 Dollar Inventory, hat gecheatet. Du bist deutsch? Ich bin sogar ein Toastländer. Okay, also ganz kurz, der ist lang. Ich raus. Ah, meine Augen. Das wird richtig ekelhaft gegen die... Ich würde sogar fast schon sagen, sekelhaft. Okay, also es wird sekelhaft. Leute, ganz zu Beginn von dem ganzen Profil. Ähm, folgt nur Umlink auf meinem Twitch, auf meinem Twitter und auf meinem Insta. Allesamt in der Beschreibung verlinkt. Ich denk ja viel zu selten dran am Anfang der Runde. Fückt mir, wenn ihr nicht 10 Euro haben wollt, dann... Ja, die haben sowas von an. Wenn ihr 10 Euro haben wollt, dann folgt mir auch nicht. Was? Ach egal. Jetzt... Wenn ihr El Waffos Geheimhaus. Volksmund auch als Geheimwache übergeführt. Aber ich find El Waffos Geheimhaus viel besser. Also so spanisch an. El Windo? Ey, stell dich mal links in Double Cross auf. Eine Minute 37 Sekunden später. Ist keine Ahnung, von ich geredet habe, oder? Ahne, ich schrotte hier aber ein bisschen durch. Ich glaube, offen gestanden ist Windo oder so. Ja. Ja, ist er. Ey, immerhin wissen wir das jetzt. Schön. Schau ich nicht. Ich hab' ich ja gesagt. Du, das läuft alles. Du, jetzt sag' ich dir. So, die Treppe runter gehst und dann, ähm... Blom, blom, blom. Ja, ich stand schon da. Der hat mich schon angevisiert. Und ich bin im Faceclan. Ich face immer rein. Kann ich dir gleich auf meinem Skin zeigen. Sticker von Faceclan. Ey, Big Blanche ist doch ein Sohn einer netten Mutter. Äh... Scheiße. AWP. Nein! Oh! Okay, er hat mich nicht getroffen. Double AWP. Double AWP. Keine Gnade, keine Rücksicht, wenn einer gerade dein Gesicht trifft. Ah ja! Oh, Lul. Den einen hab' ich. Der andere ist auf irgendwo anders. Der ist auf irgendwo anders. Danke für den. Hat mich. Jetzt kannst du vielleicht auch sterben oder du holst ihn. Steht hinter der Säule. In einer dicken Keule. Ich glaube, das Geheimnis hat sich gelüftet. Das Geheimnis ist gelüftet. Das Geheimnis ist gelüftet. Schön. Der hat nur Arschlöcher. Ja, in Teilen. Das sind einfach Typen aus der Kategorie, die noch nie eine Frau außerhalb von einem Porno gesehen haben. 1.700 Stunden. Geist krank. Auf einem Account, der zwei Jahre alt. Der ist zwei Jahre alt. 3.000 Stunden in zwei Jahren zuerst. Ja, das ist kein Witz. Der Account ist zwei Jahre alt, 3.000 Stunden. Ja, also ganz ehrlich. Die Erklärung ist jetzt mal long story short. Einfach. Die Typen haben maximal kein Leben. Ich glaube, eine bessere Erklärung kann es dir dafür auch nicht geben. Die brauchen dringend eine Freundin. Moin, Alter. Also erstmal ernsthaft. Die Typen brauchen dringend eine Freundin. 3.000 Stunden zuerst in zwei Jahren. Die waren einfach zu viel Leute. Checkt unbedingt mein Twitch ab, mein Insta und so und stuff. Wenn ihr wollt, dass so Leute nicht mehr existieren. Oder lassen wir dafür sorgen, dass solche Leute nicht mehr existieren. Ja. Ne, also wie gesagt Leute, checkt einfach meine Socials ab. Dann lasst doch mal bitte 10 plus 3 Likes da. Passt mir eine Million. Da müsst ihr mit eigentlichem Punkt vor Strich rechnen. Dann, also wie gesagt, lasst mal ein Mitleids-Abo und ein Mitleids-Follow da. Ich denke unbedingt dann die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keinen Stuff mehr verpassen wollt. Wenn ihr den Glöckner von Notre Dame sehen wollt, dann aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Dann aktiviert die Glöcke. Wenn ihr den Glöckner sehen wollt, aktiviert die Glöcke. Ah, das reicht. Ciao. Deutschland.